Musik Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Wir haben uns mal eine kleine Challenge nochmal ausgedacht Die Challenge nennt sich die Ja-Nein-Nicht-Challenge Ich erkläre euch ganz kurz das Regelwerk und dann legen wir auch sofort los Also die Regeln lauten wie folgt Jeder von uns vier Spielern, wir spielen mit Steve Musik Musik Elif Musik Und Emin Musik Sitzen einmal hier auf diesem Stuhl und kriegen Fragen gestellt von allen Leuten die drumherum sitzen Das heißt so alltägliche Fragen wie hast du heute geduscht, was hast du heute gegessen Und sie dürfen weder mit Ja, weder mit Nein und auch nicht mit Nicht antworten Wenn jemand mit Ja, Nein oder Nicht geantwortet hat, ist er raus und muss wechseln, dass jemand anders auf dem Stuhl sitzt Wer am meisten Fragen ausgehalten hat, sammelt immer Punkte und wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen Der, der am wenigsten Punkte am Ende bekommt, kriegt als Bestrafung einen Nackenklatscher Von jedem Mitspieler natürlich Okay, dann legen wir auch direkt mal los Auf geht's in die erste Runde mit mir Trägst du Windeln? Immer Bist du dir sicher, dass du heute was gegessen hast? Auf jeden Fall Wirst du immer noch Windeln tragen? Dreimal Okay Man darf auf Dürfen Wer ist dran, bin ich dran? Nein Popelst du in der Nase? Niemals Hast du heute den Schuh an? Ich glaube schon Wirst du auf deinem Kopf fragen? Morgen ja Rasierst du dich? Scheiße, ich habe Ja gesagt Ja, das war es ja Morgen ja Scheiße Wie viele Runden habe ich geschafft? Sechs Fünf Punkte Fünf Punkte für mich Also Daniel hat jetzt fünf Punkte Ich bin jetzt dran Wenn der Daniel die Punkte aufgeschrieben hat Ich bin in Challenges leider immer sehr schlecht Was darf ich nicht? Ja, nein, nicht Bist du bereit? Ja Hast du heute geduscht? Morgen Magst du mich? Vielleicht Trinkst du gerne das Wurst? Niemals Hast du Hunger? Gerade nicht Gehst du gerne aufs Klo? Gerne, immer Wirst du heute noch schlafen? Vielleicht Magst du Asra? Sehr gerne Scheint die Sonne? Die Sonne scheint gelb Rauchst du? Was? Rauchst du? Rauchen tue ich nicht so gern Nicht Nicht Schaff Fuck Eins, zwei, drei, vier, fünf Und auch fünf Runden schieben Harte lang Harte lang So, rutschen eine weiter Oh mein Gott Okay, let's go Magst du Asra? Eventuell Liebst du Ewing? Könnte sein Magst du mich? Weiß ich Ja, das war kein Satz Doch, man darf auch doofen Sachen sagen Trinkst du gerne Cola? Könnte sein Hast du letzten Sommer am Stand gesessen? Klar Magst du Musikvideos? Eventuell Magst du Socken? Könnte sein Hast du Hunger? Keine Ahnung Könnte es sein, dass du Hunger hast? Die Farbe Gold ist hässlich, ne? Könnte sein Hast du Steckfüße? Keine Ahnung Könnte es sein, dass du Hunger hast? Vier, drei Eventuell Eventuell Du bist klein, ne? Eventuell Hast du blaune Haare? Braune Eventuell sagst du ganz schön oft eventuell, oder? Könnte sein, ja? Könnte sein, ja? Könnte sein, ja! Keine Ahnung Keine Ahnung Ich wollte nicht immer das gleiche sagen Alter Aber ich hab die meisten, ne? Acht, ja Acht sein beim Sparkling, Alter Sparkling Okay? Ja, wirklich Fortnite ist scheiße, ne? Eventuell Deine Hose ist schwarz Übelst Eventuell noch nicht mehr rausnehmen, oder? Joa Tommy ist geil Übelst Lipton Eistee ist cool Geht Was trinkst du da? Lipton Eistee? Du hast keine Socken an Doch Liebst du deine Mutter? Jein Jein ist selten Selten nicht Ja, aber ist das drin, oder? Ja Jein? Ist aber ein Wort eigentlich Ah, okay Darf man Jein noch benutzen? Yes Was? Ja Ja Yes Yes Nein Ist ja, nein nicht Dann hättest du auch englisch, dann sind die Regeln aber nicht richtig Ich bin fürs Drehen wieder Politik Ich bin für das Drehen wieder Politik Ach du, das ist so In anderen Sprachen ist das auch nicht Ab jetzt ist jetzt verboten Yes und No Ja, nein nicht Ja, du bist dran Okay Hast du euch was gegessen? Gerne Willst du heute was essen? Vielleicht Hast du gestern was gegessen? Vielleicht Ich hoffe ich, gerne Übelst Deine Augen sind blau? Klar Was hast du letzten Sommer getan? Vielleicht? Und der Raum ist weiß Übelst Dein Magst du Lübten Eistee? Gerne Gehst du gar nicht mehr in Großhaut? Voll Der Stuhl ist warm Übelst Der Stuhl ist gelb? Vielleicht Ist der Stuhl vielleicht gelb? Keine Ahnung Was hast du heute gemacht? Sparkling getrunken Ist der Stuhl vielleicht gelb? Vielleicht ist der Stuhl gelb Hast du mal Breakdance mit uns getanzt? Öfter Kann man heute zusammen was essen? Kann gut sein Kann gut sein Wirst du doch halt noch mit uns was essen? Ich denke Vielleicht Was hast du heute gegessen? Roastbeef, Hühnchen, Pizza Vegetarisch Was hast du heute mit deiner Mama geredet? Über vieles Sind deine Socken weiß? Schwarz Wann warst du das letzte Mal verliebt? Lange, ja Voll Heartbreaking Mir fällt nichts mehr ein, ne? Willst du mal mit mir shoppen gehen? Übelst gerne Ist der Schrank von Edith Reiss? Der was? Der Schrank Kann sein Welche Minute hast du damals in der Mathe? Fünf Kannst du eigentlich rechnen? Nein! Keine Ahnung wie viel das war Ja Das waren glaube ich Geben wir ihm einfach Ja Tschüss Tschüss Alter Ich mach es mir jetzt auch so leicht wie die anderen, Alter Voll eventuell Gar nicht Ja Okay, let's go Du magst Männer Immer Du liebst den Steven? Manchmal Liebst du den Steven? Manchmal Liebst du mich? Meistens Warst du heute arbeiten? Nur im McFit Willst du noch heute arbeiten gehen? Später vielleicht Hast du schon mal Männer geküsst? Manchmal Was hast du morgen vor? Videos schneiden Was für Videos schneidest du denn? YouTube Videos Küsst du die Männer manchmal gerne? Nur in YouTube Videos Warum machst du sowas nur in YouTube Videos? Dann macht es am meisten Spaß Was für YouTube Videos machst du? Wo ich Männer küsse Und wo küsst du Männer? In YouTube Videos Und warum in YouTube Videos? Das ist schön Sind YouTube Videos schön? Nur wenn ich Männer küsse Mergst du mich? Wenn ich dich küssen kann? Kannst du da schon schwarz sein? Wenn ich den Steve drauf küssen kann? Ist die Wand weiß? Auf der Wand hängen Bilder Willst du mich jetzt küssen? Kommst du mit in mein Video? Kommt der Steve mit in dein Video? Wenn er mich küsst? Wird er in dein Video kommen? Wenn er mich küsst dann schon Ja, wenn ich nicht So heißt das Video Wie heißt das Video? Eine neue Challenge auf YouTube Okay Ist dein Tipp der Kopf? Ist von Adidas Hat dein Kopf gleich? Eventuell Könnte es sein, dass du heute mal am 8 ist? Wenn das Video eine Millionen Daumen nach oben kriegt Wie groß sind deine Ohren? 5 cm Warum? Ohren wachsen immer weiter im Leben Ist das so? Die hören nie auf zu wachsen Warum denn nicht? Weil das genetisch so vorgegeben ist Warum ist das so vorgegeben? Frag deine Biologie Lehrerin Bist du gute Mathe? Eher weniger Was sind 4 plus 4? 8 Wie schön sind deine Bezugs? Ich finde die gut Wart du nicht? Gibst du mir einen Kurs? Haben wir schon den Sommer? Fast Wann hast du den Sommer? Im Frühling? Wo bist du? Hier Was ist ein Bier? Ich? Stein auf Trasse? Die Schnippetschen Wie spät ist es? Jetzt Liegst du gerne die Stein auf Trasse? Nee Oh fuck Also nee geht auch Ja nee ist auch nein Fuck könnten wir sagen Wie viele Runden waren das jetzt? Aber ich weiß nicht Was ist denn 5x3? 15 Minimum Sag dir jetzt ne Zahl die ich aufschreiben soll 15 Mach 15 plus Okay So Leute ich bin wieder dran hier Ist Bescheid Irgendwie trägst du ein Apple Watch? Vielleicht Magst du Apple? Gerne Hast du was mit Medien zu tun? Ich mag Medien Heißt deine Firma Monkey Film? Vielleicht Was ist deine Lieblingskamera? Canon Was haben wir heute gemacht? Getanzt Welche Canon? Die gelbe Wie findest du Speicherkarten? Find ich wundervoll Kommt der Sommer jetzt bald? Kann sein Wie viel Speicherkarten machst du? 28 GB 28 GB Du verkackst jetzt oder? Kann sein Wirst du langsam nervös? Nur wenn ich Energydrinks trinke Sieht so aus weil du deine Arme verschränkst Nein ich schütze mich nur Nein! Nackenklatsche Ich kassiere selber Nackenklatsche Ich kassiere selber Nackenklatsche Alter Oder ich weiß es nicht Maschallam Maschallam Du musst sieben haben um safe zu sein Oh mein Gott bitte Egal dann mach ich den Titel Männer haben mich geschlagen Okay Bist du verliebt? Könnte sein Jogginghosen sind? Super Du verkackst jetzt ne? Eventuell Wirst du verkacken? Eventuell Kriegst du heute Nackenklatsche? Weiß ich nicht Ich heute ne Fuck Aber es sind 5 Ja es sind gerade 5 Ja es ist eine weniger als ich Krieg ich die Nackenklatsche? Ja du Aber das ist mal mein Video Voll traurig Na okay Aber krieg ich echt Nackenklatsche? Ja klar kriegst du Nackenklatsche Wir wenden mal kurz hier die Punkte ein Leute Ey nein Ich hab 20 Punkte Emin hat 14 Punkte Steve 18 Steve hat also in der ersten Runde mehr geschafft als wir alle zusammen Und Elif hat damit verloren Deswegen müssen wir die letzte Runde mit Steve gar nicht mehr spielen Hä aber warum Vielleicht Achso Lehn dich mal nach vorne Ich finde der Ehemann sollte anfangen Der Ehemann darf anfangen Warte kurz Ich wusste gar nicht Ich mach mal ein bisschen freier hier Ne lass die Kette Das tut mir noch ein bisschen mehr weh Ja ich hab meinen Ring extra eingezogen Sieht man das immer auch? Ja ja das sieht man Warte ich guck mal kurz Soll ich den E-Ring noch anziehen oder? Ne ja Lehn dich noch ein bisschen mehr nach vorne dass dein Kopf tiefer ist Hier sieht der? Ne Noch mehr nach vorne Lehn dich ruhig noch Lehn dich ruhig noch So ist gut Warte Kopf runter Hast du schon ein bisschen Angst? Warte 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 Okay bist du ready? Ja Mann Drei Oh Drei Oh fuck Ich sag gar nichts Ich kann gar nichts Okay Bro jetzt zieh du durch Ich trau mich schlecht Ich zieh jetzt aber nicht Okay let's go Okay zieh durch Anis Oh Leute Steve du musst jetzt alles gehen Kannst du das entderben Steve hat die größte Hand von uns allen Siehst du das? Oh shit Komm Krasch mal vorher ein und sitz Warte Warte Ich spuck kurz Es geht noch ein bisschen mehr Hör mal das Geräusch Ist gut? Ey Leute macht ihr es einfach Meine Lachen tust weh Ich kann nicht schauen Meine Frau Lass doch Okay Leute das war Wie hieß die Challenge nochmal? Wie hieß die Challenge nochmal? Die Ja-Nein-Nicht-Challenge Ich hoffe das Video hat euch gefallen Und ich hab das erste Mal im Leben Jetzt eine Frauen-Nacken-Klatsche gegeben Ich auch Abonniert Daniel Daniel Alle sind jetzt richtig enttäuscht Dass ihr nicht voll die Challenge passiert hat Schaut bei Elbase Emil Films Steve füllt auf den Channels vorbei Instagram abchecken Wir sinds im nächsten Video Ciao Ey safe ich hätte meinen Nacken kaputt jetzt Boah 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 5 6 8